Die Mimi ist bei uns und besucht uns. Du bist hinten unterwegs mit den Pain & Fame Leuten und der tätowiert ganz fleißig, habe ich gesehen. Ja, wir sind am Heaven of Colors Stand. Ziemlich groß, nicht zu übersehen. Mega geil aufgebaut von Randy Engelhardt mit Wildcat zusammen. Ja, super toll. Sind jetzt alle da? Alle, die da auch im Finale waren? Zehn, zehn war der, glaube ich. Also am Ende. Acht waren wir und der Marco Klose ist da, der Ronny Diehl, die Angelina und ich. Alexander Kroll, ganz vergessen. Nicht schlimm, nicht schlimm. Und hattet ihr dann vorher schon Termine, die ihr festgemacht habt? Oder ist das jetzt auch Laufkundschaft, also One and Do's oder irgendwas? Oder wie läuft das ab bei euch? Also ich glaube, das macht jeder unterschiedlich, aber ich habe meine Termine vorher schon ausgemacht. Ja. Dürft ihr auch beim Contestby da mitmachen oder seid ihr da ein bisschen außen vor? Ne, wir dürfen mitmachen. Ich habe zum Beispiel jetzt nicht mitgemacht. Und die anderen schon? Ich glaube, ja. Wann habt ihr euch denn das letzte Mal gesehen, so im größeren Stil? Die hast du mir ja letztes Mal erzählt, wir waren ja schon bei dir im Studio, dass die Angelina die Studioeröffnung hatte. Wie war es? Super, schönes Studio, riesig groß und ich arbeite auch als Gastatowiererin, war auch letzte Woche da und habe das eben mit der Dortmund Convention verbunden. Und Ronny und Marco sind auch als Gastatowierer bei mir im Studio. Also wir haben da richtige Connections gegründet, finde ich mega, weil wir uns auch echt gut verstehen alle. Ja, das hat das Gefühl hatte ich auch dann als vorbei. Ich meine, du hast das letzte Mal auch erzählt, aber ich bin ja auch mal da langgelaufen und es war irgendwie ganz harmonisch so. Ihr saßt so nachgetaner Arbeit da auch noch beisammen und habt euch ein bisschen unterhalten. Habt ihr auch rausgehört, dass ihr so untereinander auch eure Meinungen sehr schätzt und euch als Kollegen auch. Das finde ich super schön. Wie viele Tattoos hast du gestern gestochen? Machst du eher kleine Sachen oder größere im Moment? Also hier vor allem? Auf Conventions mache ich meistens größere Projekte, einfach um die Arbeiten besser zu präsentieren. Kleinere Sachen mache ich eher im Studio dann. Und was hast du gestochen? Magst du das ein bisschen erzählen? Am Freitag habe ich einen Hirsch auf dem Oberschenkel gemacht. Ich habe vor kurzem schon mal einen Hirsch tätowiert, das hat der Kundin sehr gut gefallen und dann habe ich den natürlich abgeändert, weil ich ja nur Unikate mache und halt auch einen Hirsch, aber anders. Also mit Dots und ein bisschen Realistik mit drin, Aquarell, schwarz-rot natürlich. Und gestern habe ich von der Kundin einen Baum am Abend tätowiert, die wollte von den Töchtern so die Silhouetten mit drin haben, Anfangsbuchstaben und solche Sachen. Und heute habe ich die Kundin mit dem anderen Hirsch hier und da habe ich auf der Nürnberg Convention schon das rechte Bein verschönert und da machen wir heute weiter. Das ist ein größeres Projekt. Und was gibt es da? Mini-Style. Mini-Style, jawoll. Numen, Häschen, Vögel, solche Sachen. Cool. Ich habe schon, ich habe auch versucht ein bisschen zu spinxen, aber ich habe leider nichts gesehen. Das war so von mir weggedreht. Ich war so, musst du dann mal vorbeikommen am Strand. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ich schaffe das heute noch, weil wir heute auch einige Interviews noch haben, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich weiß es nicht genau. Wie ist das denn? Weißt du schon, wie lange du heute machen musst? Oder kannst du dich mal zwischen dich auch ein bisschen ausruhen, bisschen rumlaufen oder bist du eher so quasi eingekesselt, außer wenn wir dich klauen? Ich bin meistens so, dass ich früh alles aufbaue, dann rumlaufe, irgendwie mich kurz unterhalte mit den Leuten und so. Und wenn ich dann beim Tätowieren bin, dann ziehe ich es meistens durch mit wenig Pausen, einfach weil es für den Kunden besser ist. Und meine Kundin heute ist ziemlich zäh, also die hält ziemlich lang durch. Also denke ich mal, dass wir heute den ganzen Tag ausnutzen werden. Ja, das muss ich mir auf jeden Fall dann mal angucken kommen, so die Zwischenstände dann. Wie ist denn für dich, was ist denn der Unterschied für dich? Du sagst gerade, du stechst im Studio eher kleine Sachen und auf Conventions nutzt du dann auch die Zeit und machst größere Sachen. Was sind für dich sonst so die Unterschiede, so auch von der Logistik her? Ist es schwieriger, ist es anstrengender, auch dass die Leute vorbeilaufen? Oder findest du es eigentlich ganz schön, das mal zu zeigen, wie du arbeitest? Ne, ich finde es eigentlich ganz schön. Deswegen geht man ja eigentlich auf Conventions. Also ich mag den Rummel, ich mag die ganzen Tätowierer um mich herum. Ja, die Kunden, die vielleicht sonst nicht nach Pignitz ins Studio kommen können, können dich kontaktieren oder dich kennenlernen. Das finde ich einfach cool. Ich mache ja auch im Studio trotzdem größere Projekte, aber für Conventions natürlich plan ich meistens die großen Sachen als kleinere. Das macht natürlich Sinn. Wann musst du denn loslegen, weißt du? Meine Kundin ist schon startklar. Ich habe schon aufgemalt, das heißt direkt nach dem Interview geht es los. Okay, dann würde ich fast sagen, ich lasse dich jetzt einfach mal in Ruhe, damit du in Ruhe arbeiten kannst und dann möchte ich dich gerne nochmal knuddeln, wenn ich darf. Ja, ich bin zuerst mal rein. Ja ich bin zuerst mal aufgemalt, wenn du rausgesst.